So Leute, jetzt darf ich schon wieder was vorstellen. Neben Decks, Deck-Tags und gequasselt auf den Videos von den Gameplays, darf ich heute nochmal ein Secret-Layer vorstellen. Wahnsinn! Die sind tatsächlich mal angekommen und nicht irgendwie delayed gewesen. Obwohl meine schon verdammt lang gebraucht haben, bis die hier waren. Leck mich am Arsch! Danke Support von Secret-Layer für nichts. Außer auf die Frage, wo sind meine Secret-Layer? Hier hast du deine Sendungsverfolgung. Ja super, die hab ich schon vor einer Woche bekommen. Ja, egal. Rent vorbei. Secret-Layer-Drop. Und zwar diesmal Secret-Layer Street Fighter. Da sind ein ganzer Arsch voll Karten drin. Ich glaub acht Stück. Und ein Hadouken! Da hat er schon einen Kratzer hier. Aber das ist ja egal. Ist ja nur das Outlayer. Und ich würde gerne diese Multi-Kick-Kartuse bei mir im Control spielen. Oh ja. Hier als Non-Foil-Version. Oh, hier steht sogar mal was anderes drauf. Here comes a new Challenger. Auch sehr geil in diesem Pixel-Artwork. Also das haben sie sich. Ooooooh. Also ich hab hier noch ein anderes Secret-Layer legen. Das ist schon viel geiler. Leck mich am Sack. Aber ansonsten sind die wie immer Capcom. Das ist wahrscheinlich die Firma, wo das drüber läuft. Und hier haben sie es verkackt. Das hätten sie einfach in Schwarz-Weiß da drauf drucken können. Wenn sie die schon extra anpassen. Das sähe viel geiler aus. Obwohl ich stell mir die halt auch einfach so ins Regal. Egal. Ähm, gut. Secret-Layer Street Fighter. Ich hab das Spiel nie gespielt. Außer ich glaub mal im Suff oder so. Ich weiß nichts worum es geht. Außer dass sich Leute auf die Schnauze hauen. Ich fand die Karten aber geil. So. Und da geht's direkt schon los. Wir haben wieder Hiddendreck. Ich versuch jetzt aber erstmal, ohne alles abzureißen. Darunter ist ne Magic-Karte. Legen wir mal beiseite. Nicht vergessen. Ich glaub die Farbe, die Farbe von dem Layer ist glaub ich auch anders. Und der ist dreckig. Also ähm, da haben sie sich die überlegt einfach herzugehen und zu sagen, wir machen den mal schön und entfarbig. Ähm, immer zum Vergleich. Also schön in einer anderen Farbe. Und dann sind die einfach rotzerdreckig. Super. Klasse. Geht schon gut los. Hier popeln wir mal den ganzen Rotz runter. Weil der im Hintergrund aufgeräumt wird. Und was mir grad direkt auffällt. Was ich auf den Spoilern gar nicht gesehen habe. Ich weiß auch gar nicht. Ich muss mal einfangen. Der Dot ist A dreieckig und B golden. Der ist nicht silber wie bei den normalen Karten. So. Fangen wir mal an. Hier haben wir schon mal einen dicken Samurai. Ein dickes Ding. Ähm, Druckqualität ist aber echt gut. Ist sogar einigermaßen centred. Habe ich schon Schlimmeres erlebt. Dr. Alzheimer hat er auch schon zurückgeschickt. Hier haben wir also für 6 Mana. Für 2 weiße, 4 beliebige. Ne 07er Human Warrior. Mit Sumo Spirit. As long as it's your turn. Each creature has time combat damage equal to its toughness or dead than its power. Ist im Endeffekt ein Dora in Siege Tower. Für in deinem Zug. Und 100 Hand Slap. Also der kann richtig Backpfeifen verteilen. Whenever erder attacks up to one hundred target creatures each get plus zero plus x until end of turn, where x is the number of cards in your hand. What the fuck? Wer hat denn 100 Kreaturen, den der plus null plus x geben kann? Guck mal an da. Dann ist das Spiel aber eigentlich vorbei. Wenn du 100 Kreaturen liegen hast. Außer du kannst halt gar nichts. Leck mich fett. Also ganz im Ernst. To be honest. Für eine rein weiße Karte weiß ich gar nicht, was für ein Deck mal den gut spielen könnte. Gerade rein weiß ist halt Handkarten auch manchmal ein Problem. Aber der Effekt ist schon geil. So. Im Hintergrund der Lylatis. Da kommst du hin. Damit haben wir Rio World Warrior. Drei Mana. Für ein weißes und zwei beliebige. Zwei Vierer. Aber ich muss ehrlich sagen. Der Stamp sieht schon ziemlich geil aus in dem Treatment. Für ein weißes und zwei beliebige. Zwei Vierer. Human Warrior. Mit Training. Also wenn der angreift. Mit einer anderen Kreatur. Mit größerer Power. Kriegst du eine plus eins plus eins Marke. Und Hadouken. Das ist so wunderschön. Kannst du den von rotes und vier beliebige enttappen. Eine Karte abwerfen. Und der schießt Schaden equal to its power to any target. Hm. Also vier Schaden verschießen. Wenn Excess Damage passiert. Also der Damage über die Toughness der Kreatur hinaus geht. Zieht man sogar noch eine Karte. Der ist gar nicht so bad. Der ist für drei Mana mit zwei Vierer ist der echt gut. Der hat einen guten Effekt. Der ist Boris Farben als Commander. Und der hat einen Untap-Effekt, der möglicherweise Karten ziehen lässt. Das ist schon echt solide. Also den mit dem. Hm. Also ne. Plus. Null plus sieben. Auf ihn. Und dann enttappen. Und dann sieht man wahrscheinlich eine Karte. So. Das haben wir jetzt. Das ist definitiv ein Ami. Also ich mein. America. Ken Burning Brawler. Für zwei rote und ein beliebiges und vier Zweier mit Pros. Das ist schon mal gut. Und für ein rotes oder ein weißes kriegt der Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Und Shoryuken? Aha. Wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe. Ist mir auch egal. Wenn der Combat Damage zufügt, kannst du eine Sorcery von der Hand spielen. Mit Mana Value less than or equal to the Damage. Würde auch Pings Mana kosten. Das heißt, wenn der vier Schaden zufügt, kannst du für vier oder weniger einen Sorcery Spell von der Hand kosten. Das ist nicht so übel. Wenn der Doppelschlag hat. Hm. Okay. First Strike ist halt auch geil, wenn du mit einer Menge Kreaturen angreifst. Du hast einen Pumpspell für vier oder weniger auf der Hand, der alles effektet. Aber Doppelschlag wäre halt auch relativ nice. Und dann halt auch noch Pros dabei. Das heißt, er synergiert auch noch mit seiner eigenen Fähigkeit. Das ist ja mittlerweile nicht unbedingt Gott gegeben bei Magic. So. Boah. Ach Gott. Ach Gott. Das ist ein Oga. Das ist ein verkackter Oga. Ey. Ist mal ohne Scheiß. Also, das ist eins an Anime-Oga. Balanka Ferocious Friend. Das sieht irgendwie aus wie ein Typ, der bei dem Baki-Anime auf großer Streaming-Plattform mit einem roten N läuft. Halt nur in grün. Also so eine Mischung aus Hulk und irgendeinem Kämpfer. Ähm. Nennen wir ihn einfach Oga. Ist auch ein Beast-Warrior. Süßte. Oga. Ähm. Für ein grünes, ein rotes und drei beliebige bekommt man fünf Fünfer mit Eile. Der hat Rolling Attack. Das heißt, der hat Trampel, solange mal drei oder mehr Spells diesen Zug gecastet hat. Und Electric Thunder. Immer wenn der Target vom Spell wird, bekommt er plus zwei, plus null bis zum Ende des Zuges. Und schießt jedem Gegner zwei Schaden. Alles klar. Das heißt, mit dem kann man richtig dumme Dinge tun. Ähm. Den Pumpen und Gegnern Schaden schießen. Ähm. Der Trampel ist dann auch relativ geil. Gerade wenn man irgendwie so eine Chain machen kann auf ihn mit Spells. Das ist nicht doof. Aber fünf Mana ist halt Casual Commander wahrscheinlich eher. Aber ich find's schon ein guter Voltron. Gerade mit Eile. Wegen der hab ich das geholt. Ich weiß nicht, was die macht in dem Spiel. Ich weiß nicht, was die kann in dem Spiel. Aber. Schon liegt Countless Kicks. Für ein blaues, weißes, beliebiges. Eine 3-3er. Human Soldier. Mit Multikicker für blau oder rot. Äh. Mit Multikicker für blau oder weiß. Und wenn die, äh, das Spielfeld bekommt, äh, ähm, kommt, exilt man bis zu x Target Instant Cards vom, vom Graveyard. Wobei x die Number of Times, äh, also die, die, äh, number ist, wie oft sie gekickt wurde. Und die Dame hat Lightning Kick. Das heißt, immer wenn die angreift, kopiert man eine exilte Karte mit einer Kick Counter drauf. Also die exilten Karten haben auch noch Kick Counter. Und you may cast that, the, äh, the Copy. Ist halt einfach dumm. Also literally dumm. Also gerade, wenn ich jetzt überlege, in einem UW-Control, einen Brainstorm wegschicken, ähm, oder ein Swords oder ein, äh, irgendwas anderes. Und wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man UWR spielt, einen Lightning Bolt oder so. Und du hast halt mit jedem Angriff ein Free Spell. Also ein Free Spell, du musst den ja immer noch bezahlen, aber du kriegst halt jedes Mal den Spell wieder. Das heißt, du hast im Exile einen Spell liegen, den du immer wieder casten kannst. Dazu kommt, die müssen nur die Counter da drauf haben. Das heißt, wenn du die Dame, da die Legendary ist, auch noch mit Karakas bounce und wieder ausspielst, kannst du neue Spells raussuchen. Das ist, das ist halt dumm. Also das ist schon geil dumm. Also dann noch, also wenn man eh Karakas spielt, kann man nur Wendellien-Click spielen und dann wird's erst richtig witzig. Damit wären wir durch mit dieser nicen Dame und, ey, äh, äh, Leute, guck euch mal die Oberschenkel an. Da wird's immer schon neidig. So, gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir hier einen in, äh, weiß-grün. Ähm, mit natürlich, jetzt haben sie schon Printlines in Non-Foil-Karten. Wow. Weiß nicht, ob es man sieht, aber der hat hier durch zwei Printlines oder zwei Kratzer eins von beiden. Ähm, wir kriegen für ein weißes und grünes zwei beliebige. Ein 1-3er Human Monk mit Reach. Okay, wenn man so lange Arme hat, dann sollte man auch Reach haben, to be honest. Mit Teleport, ähm, wenn der angehört ist, hat er also, hat er Hex-Proof. Und, whenever a creature you control with Reach attacks, also wenn er selber enttappt, äh, 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 enttappt, ...and it can't be, äh, can't be blocked by creatures with greater power this combat. Wow, das heißt, du kreist mit ihm an. Der wird enttappt, hat Hex-Proof. Und du kannst ihn nur mit Creator mit eins oder weniger blocken. Wow. Und dann haben wir nochmal... Fierce Punch. Wenn da one or more creature you control the combat damage to a player draw card, dann ist da auch noch ein Cardroar drauf. Super. Zieht zwar nur eine Karte, weil er nicht sagt, wenn eine Kreatur, sondern eine oder mehr. Aber wir haben ja auch schon gemerkt, wenn da draufsteht, wenn eine Kreatur, also wenn keine Begrenzung dran ist, wird's manchmal schon ziemlich dumm. Aber, gerade für die Farben, mit so ein bisschen Pump, ja, ist ein guter Commander. Ist auch nicht zu teuer. So. Jetzt haben wir noch, oh Gott, der sieht aus wie Dolph Lundgren in dieser komischen Fighter-Reihe. Da ging's auch im Endeffekt nur darum, dass Amerika sich selber Honig in den Arsch geblasen hat. Also wenn der eben, wenn der Kollege, Moment, wo ist er, der Kollege Merka war, dann ist der hier, Amerika. Für ein Weißes, ein Rotes, ein Blaues und ein Beliebiges bekommt man 4-4er. Der heißt dann Geil Sonic Soldier. Der sieht auch so aus, als wäre er mal Soldat gewesen und es keult sich hart ein darauf, dass er Veteran ist. Wenn der das Spielfeld betritt oder angreift, bekommt er eine Charge-Counter drauf oder man kann eine runternehmen. Wenn man eine runter nimmt, darf man sie aussuchen. Entweder kriegt der Sonic Boom. 4 Schaden an irgendeinem Target. Was daran jetzt Sonic Boom ist, weiß ich auch nicht, weil unter Sonic Boom verstehe ich alles verreckt und nur noch er steht. Oder Flash Kick. Der kriegt Lifelink und eine Destructibles bis zum Ende des Zuges. Das heißt im Endeffekt, unser schöner amerikanischer Soldat kann nur jeden zweiten Angriff was vernünftiges machen. Und das eine heißt Sonic Boom und ist kein Sonic Boom. Was denn das? Also literally, was denn das? Da finde ich den besser. Und der hat weniger Color-Wipe. Und der kann mehr. Wow. Also das mal wieder so, es muss Amerika sein, es muss aufgeplustert sein. Oh, da ist ja noch einer. Oh, ich habe ja noch einen vergessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stimmt, da fehlt noch einer. Oh. Gucken wir mal. Das ist auch ein dreifarbiger. Alter, der wrestelt ein Bär. Der ist 100 pro ein Russe. Zangief the Red Cyclone. Ja, das klingt auch schon fast so, als wäre der irgendwie zumindest mal aus der Sowjetunion. Für ein grünes, ein rotes, ein schwarzes und zwei beliebige. Also für fünf Mana kriegt man einen Human Warrior. Also wenn ein Bär wrestelt, der muss mal mindestens ein Warrior sein. Der 7, 4 ist. Ähm, der muss geblockt werden, wenn möglich. Und hat Iron Muscle. Ähm, as long as it's your turn. Der Typ hat, finde ich auch schon sehr geil. Da haben sie nicht den kompletten Namen reingeschrieben, sondern nur den Vornamen. Nicht den Zunamen oder so. Sondern wirklich nur Zangrief. Has indestructible. Das ist doch mal was. Nicht sowas. Das ist was. Meine Fresse. Dazu kommt dann noch Spinning Piledriver. Wenn der einer Kreatur Schaden zufügt. und Excess Damage macht. Dead Creatures Controller sacrifice a non-land creature non-land permanent. Wow. Das ist heftig. Also sobald der Excess Damage macht, schießt der richtig los. Nämlich schön mit, du opferst eine non-land creature non-land permanent. Ist ein Commander. Okay. Nicht creature non-land permanent ist meistens ein Artefakt. Oder ein Planeswalker. Aber trotzdem. Der ist nicht schlecht. Oder ein Enchantment. Gibt's ja auch genug. Aber ähm. Ich würd mich mal darauf festlegen. Der kämpft für Mother Russia. Jetzt haben wir noch Hidden Dreck. Mal gucken. Natürlich. Wir haben da einen Non-Fall in die Secret Lair. Ist der Hidden Dreck voll. Und ich kann mit dem quasi wippen. War ja klar. Ich mein, es dürfte auch dieselbe Karte überall drin sein. Und zwar. Yep. Der Hadouken. Das ist im Endeffekt ein Lightning Boot mit einem anderen Namen. Für ein rotes schießt der 3 Schaden. Korrigiere. Der ist Non-Fall und gecurled. Was ist denn das? Das wird ja immer besser. Und. Wo war's? Irgendwer von denen konnte doch Hadouken. Da! Da ist ein Hadouken. Und? Das ist keine Karte. Wenn die Tage die Excess Damage macht. That's a creature. Das war wieder da. Huh. Damage equal to its power. Das heißt. Wenn der nicht gebufft ist. Macht er selber als Hadouken. Zwei Schaden. Aber das hier ist ein Lightning Bolt und kein Schock. Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Alter. Wer bei euch macht denn Mathe? Und dann. Ist die Non-Fall Karte. Ne Pringle. Ich pack den jetzt nicht aus. Aber. Er hat zumindest offensichtlich keine Printline. Aber hier oben steht ein ganz fein Lightning Bolt. Und jetzt. Will ich mal noch was gucken. Also der Hadouken. Ist ein Fail. Das hätte ein Schock sein müssen. Ähm. Halten wir das fest. Jetzt holen wir mal unsere tolle. Ein Euro Lupe. Von. Ich glaub Wish. Und nimm mir einfach mal ihn hier. Weil. Hier ist ja ein anderes Symbol drunter. Normalerweise sollte in dem Symbol. In dem Planeswalker Symbol. In einem von den Planeswalker Symbolen. Wizards drin stehen. Ich ähm. Nehm mal. Man kann es jetzt nicht auf der Dings stehen. Ja. Es steht drin. Der Stamp hat. Alle drei Treatments. Sprich. Eine Pommesgabel die flach ist. Eine Pommesgabel mit Relief. Die äh. Diesen Holo. Diesen Effekt hat. Diesen Kipp-Effekt. Und eine Pommesgabel wo Wizards drin steht. Auch für euch. Gut zu wissen. Secret Layer Street Fighter. Der Hadouken hätte ein Schock sein müssen. Wir haben den Überamerikaner dabei. Mother Russia. Und der hier ist wahrscheinlich irgendein Trainee von ihm. Oder so. Keine Ahnung. Das ist auch ein Ami. Aber an sich. Rein vom Style Faktor her. Und allem. Richtig geil. Und. Diese Holdemite. Wandert in meinen Control Pool. Und zwar sowas von. See you later. Achein. beauty dr. Sindbeal. y Untertitelung des ZDF, 2020